Wer die heute gängige Mariologie studiert und verinnerlicht hat, der wird als Pfarrer oder Religionslehrer wohl nicht mehr ein allzu kitschiges Marienbild früherer Tage aufstellen und bis zur Unkenntlichkeit mit künstlichen Blumen schmucken. Aber ist denn ein Fortschritt erreicht, wenn er es durch das nichtssagende, ungeschmückte Bild einer gewöhnlichen Frau aus Nazareth, vielleicht im Sieger-Köder-Stil, ersetzt? Gestaltet nach den minimalen Aussagen, die nach dem Stand der heutigen Forschung noch über Maria verantwortet werden können? Die heilige Therese von Lisieux hat wohl, als sie voller Liebe und Ergriffenheit die Einfachheit der Gottesmutter beschrieb, kaum an solche dürftigen Produkte gedacht. Und in Sachen Schwester im Glauben kann man sich auch nicht auf sie berufen. Wohl betonte die heilige, Maria sei mehr Mutter als Königin, aber von der Mutter zur Schwester ist dann doch noch ein gehöriges Stück Weges. Meine Mutter ist ja eben gerade nicht meine Schwester. Eher kann ich mir vorstellen, eine Königin als Mutter zu haben, als meine Mutter zugleich als Schwester anzureden. Es sei denn, sie würde im Alter noch in einen Orden eintreten und hätte dann dort einen Ordensnamen. Das Verhältnis des Menschen zu seiner Königin ist das des Untergebenen und Dieners, zu seiner Mutter das des Kindes. Eine Schwester hingegen befindet sich, insofern sie Schwester ist und auch wenn es die ältere Schwester ist, immer auf gleicher Ebene mit ihren Geschwistern. Das offizielle katholische Gebet und Gesangbuch Gotteslob versucht in dem Abschnitt seiner Marienandacht, der unter dem Titel Schwester der Menschen steht, diesen Gegensatz zu überbrücken. Hier findet sich eine Art Maria, Schwester aller Litanei mit Anrufungen wie Vorher aber hatte der Vorbeter die einleitenden Worte zu sprechen, immerhin Königin des Himmels, Du bist von Gott so hoch erhoben wie kein anderer Mensch außer deinem Sohn Jesus. In den Himmel aufgenommen bist Du doch Schwester der Menschen geblieben. Du weißt, was wir brauchen. Das Anliegen hier ist leicht erkennbar. Mariens Stellung als Himmelskönigin soll in keiner Weise in Frage gestellt werden, sondern im Gegenteil die Tatsache umso erstaunlicher machen, dass diese hohe Frau zugleich auch unsere Schwester ist. Aber könnte derselbe Gedankengang nicht bereits bei Maria als unserer Mutter sein Ende und seinen Höhepunkt finden. Dann wären wir immerhin Kinder einer Königin, die über allen geschaffenen Mächten der Erde und des Himmels steht. Und ist das nicht unüberbietbar herrlich? Doch offensichtlich soll entsprechend dem Ideal einer geschwisterlichen Kirche ein neues, eben ein geschwisterliches Verhältnis zu Maria, das bisherige Kindliche, ersetzen. Sieht man sich die weiteren Nummern dieser Marienandacht im Gotteslob näher an, so bemerkt man, dass zwar in dem Teil über die Mutter Gottes das Wort des Gekreuzigten an Maria und Johannes erwähnt und daraus ihr mütterlicher Schutz abgeleitet wird, man stößt auch auf einen Abschnitt Mutter aller Glaubenden. Darin aber wird die Mutterschaft Mariens mit einer Glaubenszeugenschaft gleichgesetzt, wie sie auch von Abraham, Moses und den Propheten ausgesagt werden kann. Zitat, Auch Maria glaubte dem Wort Gottes. Sie ließ Gottes Unbegreiflichkeit an sich geschehen und folgte dem Weg ihres Sohnes bis zum Kreuz. Maria ist unter den Glaubenszeugen die Größte. Wir nennen sie Mutter der Glaubenden. Stille. Dann sollen die Zuhörer einen Augenblick meditieren. Soweit also kann sich das Gotteslob vorwagen. Ein Hinweis aber auf das tiefe Geheimnis der Mitwirkung Mariens am Erlösungswerk, wodurch sie die neue Eva, die Mutter aller in der Gnade Lebenden, die Mater Divina Grazia wird, an solcher fehlt. Frei nach Therese von Lisieux ist man offensichtlich bestrebt, das gemeinsame Verbindende zwischen uns und der Gottesmutter hervorzuheben. Die menschliche Natur verbindet uns ja tatsächlich mit ihr. Und es kann ja unter diesem Gesichtspunkt selbst vom Sohn Gottes gesagt werden, er sei unser Bruder geworden. Als er nämlich unsere Natur annahm. Mit Blick auf Maria aber hat der Versuch, ständig die Gemeinsamkeit mit uns hervorzuheben, etwas sehr Angestrengtes und Gewolltes an sich. Wer würde denn von einer bedeutenden Persönlichkeit des politischen, des geistigen oder des kulturellen Lebens andauernd hören wollen, sie sei ein Mensch, sei unser Bruder oder unsere Schwester? Was bei solchen Persönlichkeiten interessiert, ist doch vielmehr gerade das Unterscheidende. Ein Mensch hat diese oder jene einzigartige Leistung vollbracht, die ihn aus Tausenden und Abertausenden hervorhebt. Dass er uns darin zum Vorbild werden kann, das versteht sich von selbst, braucht aber nicht durch die unablässige Beteuerung, er sei ein Mensch wie du und ich und mit uns auf dem Wege verstärkt werden. Gleiches gilt auch von unseren Eltern, dass sie als Nachfahren Adams und als Gotteskinder in gewisser Hinsicht auch unsere Geschwister vor Gott genannt werden können. Wer wollte das bestreiten? Aber die fundamentale Beziehung, in der wir zu ihnen stehen, ist doch die des Kindes zu seinen Eltern. Und diese ist die denkbar engste und innigste, die auch von der Beziehung unter Geschwistern nicht überboten wird. Es liegt der Gedanke nahe, dass die Rede von der Schwester im Glauben dort, wo sie die Rede von Maria als unserer Mutter verdrängt, noch anderes im Schilde führt, als die bloße Absicht, uns die Gottesmutter menschlich näher zu bringen. Über mögliche theologische Hintergründe geben uns protestantische Äußerungen recht offenherzig Auskunft. In einem Versuch einer Annäherung an Maria, unternommen in der Evangelischen Zeitung, christliche Online-Zeitung für das Internet, so was gibt es, erfahren wir, was Katholiken und Protestanten im Marienbild voneinander trennen. Ich zitiere, Die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre samt ihrem Anhang, die Lutheraner und Römer einander näher bringen soll, schweigt im Hinblick auf Maria. Dies ist im Grunde verwunderlich, weil die römisch-katholische Frömmigkeit der Mutter Gottes im Hinblick auf die Rechtfertigung des Sünders erhebliches Gewicht gibt. Nach dem gültigen Katechismus wirkt Maria beim Werk des Erlösers mit, das übernatürliche Leben der Seelen wiederherzustellen. Also diese Zeitung kennt den typisch katholischen Standpunkt und sie lehnt ihn entschieden ab. Als Alternative stellt sie nun folgendes akzentuiert antikatholische Bild der Gottesmutter als Schwester im Glauben vor. Zitat Die schon etliche Schritte weiter ist. Und am Ende erfahren wir noch, wofür diese Schwester im Glauben auch als Symbolfigur steht. Man höre und staune. Dass es Gott ist, der ihr ein Kind schenkt, dass es Gott ist, der ihr den Mut und das Vertrauen zu ihrer Aufgabe gibt, dass es Gott ist, der ihr die Kraft zu ihrem schweren Kummer gibt, Das macht sie zu einer Symbolfigur evangelisch verstandener Rechtfertigung. Ja, wer es hört, der bedenke es wohl. Die Schwester im Glauben, die den Panzer der männlichen, also römisch-katholischen Lehrbildung durchstößt, ist eine Symbolfigur evangelisch-protestantisch verstandener Rechtfertigung. Und noch eine andere Stimme aus reformierten Gefilden. Das Schlussdokument einer mariologischen Studientagung italienischer Protestanten, das 1988 an der Valdenser-Fakultät in Rom stattfand. Zunächst wird darin ein gewisses Zugeständnis gegenüber dem gegenwärtigen Trend in der katholischen Kirche gemacht. Man könne in Maria eine Schwester in Christus wiedererkennen. Doch mit den Zugeständnissen ist man damit dann auch schon am Ende. Weiter heißt es, die Verherrlichung der Jungfrau Maria, die sich im Laufe der Jahrhunderte verstärkt hat, dieser entsprach, dass die Frauen aus der Leitung der Kirche und aus der Ausübung der Ämter heraus mehr und mehr an den Rand gedrängt wurden. Der Mythos der Maria als Jungfrau Mutter wurde im mönchischen Umfeld ausgearbeitet und fest aufrechterhalten. Dort hat er erlaubt, eine andeutungsweise weibliche Figur, die aber ihrer Sexualität beraubt ist, zu bewahren. Diese Handlung offenbart jedoch eine fortschreitende Kriminalisierung der Sexualität, für die die Frauen den höchsten Preis bezahlt haben. Die physische Unmöglichkeit für jede Frau, sich dem Mythos der Jungfrau Mutter anzupassen, hat dazu geführt, dass die Frau immer mehr mit Sexualität und Sünde gleichgesetzt wurde. Soweit diese Erklärung. Das Problem wäre also mit der Degradierung Mariens zur Schwester in Christus aus der Welt geschafft. Und zugleich wäre ein schwerer Schlag gegen die patriarchalischen Traditionen und Strukturen der katholischen Kirche ausgeführt. Liebe Zuhörer, auf dem Hintergrund solcher Aussagen verstehen wir die Verdrängung des Ausdrucks Jungfräuliche Gottesmutter auch in der katholischen Welt besser. und verstehen nicht, weshalb man, wenn auch meist nur halbherzig, dabei allgemein mitmacht. Ist das in die Kirche transportierte und dort bewunderte Bildnis der Schwester im Glauben gar ein trojanisches Pferd in der Stadt Gottes? Es entstammt jedenfalls nicht ihrer jahrtausendealten Überlieferung. Daher suchen wir es in der lauretanischen Litanei und im Hymnos Akatistos, vergeblich. In dem monumentalen, vor etwa zehn Jahren erschienenen Marienlexikon unter der Herausgeberschaft von Leo Kardinal Schäfczyk findet sich kein Stichwort zu diesem Titel. Das Zweite Vatikanum macht über die Gottesmutter zwar die damals ungewohnt klingenden Aussagen, sie sei Bild und Anfang der zu vollendenden Kirche, Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes für das wandernde Gottesvolk und auch ganz im Sinne dessen, was die heilige Therese forderte, sie sei selbst den Pilgerweg des Glaubens gegangen, aber von der Schwester im Glauben hier, wie auch im nachkonziliaren Katechismus der katholischen Kirche, keine Spur. Übrigens auch im berühmt-berüchtigten holländischen Katechismus oder im katholischen Erwachsenen-Katechismus der deutschen Bischöfe keine Erwähnung der Schwester im Glauben. Das über tausendseitige Handbuch der Marienkunde des Pustet-Verlages enthält zwei Abschnitte über die mariologische Rezession und Wiederbelebung nach dem Konzil, über Maria als solidarische Frau und als ideale Christin, aber nach einem hohen Lied Der Schwester im Glauben halten wir vergeblich Ausschau. Auch Manfred Hauke, der bei aller scharfen Kritik an der feministischen Theologie doch die menschliche Nähe Mariens der Schwester im Glauben als ein positives Wahrheitsmoment anerkennt, bemerkt, Zitat, das Spezifische der Stellung Mariens erreicht diese Anrufung als Schwester nicht. Und dennoch hat sich von dieser und ähnlichen Titulierungen ausgehend anstelle einer Liebe und ehrfurchtsvollen Redeweise über die jungfräuliche Gottesmutter in unseren Landen ein anderer Stil eingebürgert. Davon nehmen wir Maria, Miriam, die Frau aus dem Volk, stehe auf unserer Seite, auf der Seite der Fragenden. Sie sei uns trotz, ja, wegen ihrer Zweifel und Ängste, Schwester und Anstifterin im Glauben. Wir werden aufgefordert, gleich ihr immer neu, je Stück um Stück aufzubrechen, um uns auf das Wagnis mit Gott einzulassen. In der Weggemeinschaft mit ihr können wir dann die Erfahrung machen, so angenommen zu sein, wie wir sind und können uns und andere annehmen, lernen und so weiter und so fort. Sie kennen wahrscheinlich alle diese Redeweisen. Viele der Lied- und Gebetstexte, die seit den 70er Jahren verfasst oder abgeändert wurden, kann man gewiss nicht als heretisch oder glaubensgefährlich bezeichnen. Sie sind im Gegenteil gut gemeint. Ja, man muss ihnen sogar zuerkennen, dass sie auch von einer echten Frömmigkeit durchwirkt sind. Und doch befällt uns, die wir die Sprache der Kirche, ihrer Liturgie und ihrer Heiligen kennen, ein Unbehagen. Klingen diese Worte angesichts jener einzigartigen, von Gott erwählten und mit der Fülle der Gnade beschenkten, angesichts der ehrfurchtsgebietenden Wunder, die Gott an ihr gewirkt hat und angesichts ihrer Stellung als Mutter und Königin dann nicht doch allzu banal. Und es muss ja auch die Frage erlaubt sein, ob nicht das Zusammenspiel von karger, distanzierter, unterkühlt, nüchterner Theologie einerseits und seichter, geschmackloser, geistlicher Form und andererseits einen beträchtlichen Anteil daran hat, dass sich junge Leute, die nicht ganz mit dem alten Glauben brechen wollen, zu den vorhin beschriebenen Auswüchsen hingezogen fühlen. Denn diesen kann man wenigstens den einen Vorwurf nicht ersparen, fad, langweilig und nichtssagend zu sein. Wie im Zeitalter der beginnenden Romantik die intellektuelle Jugend der vernünftelnden Aufklärung müde und überdrüssig sich den neuen, oft schwärmerischen und radikalen Idealen verschrieb, so wirken auch im kirchlichen Bereich politisch-revolutionäre oder pseudomystische Strömungen und überhaupt alle extremen Lagen umso attraktiver, je konturenloser der Mittelbereich, heute Mainstream genannt, sich gibt. So sollen wir also am Ende noch auf die Suche nach den reinen, klaren Quellen echter katholischer Mariengläubigkeit und Verehrung uns begeben. Diese befinden sich nicht in hohen unzugänglichen Regionen. Wir brauchen nicht von der Heiligen Schrift und den Kirchenvätern in die entlegenen Gebiete der verstiegenen Spekulationen, etwa eines Jakob Böhme und der russischen Religionsphilosophen in das unwegsame Reich kabbalistischer Esoterik und zu den Entwürfen eines Teilhard de Chardin entwandern, um dann über die Mahadevi des Hinduismus, die Braina, Parameter des Buddhismus und die Urmutter Dao zu einer vom New Age angehauchten, ganzheitlichen Vision der Schöpfung zu gelangen, wie das Thomas Schipflinger in seinem bekannt gewordenen Buch mit dem programmatischen Titel Sophia Maria versucht hat. Nein, die lebendigen Ströme, aus denen die Marienverehrung gereinigt, erneuert und genährt wird, die liegen uns viel, viel näher. Sie fließen aus der göttlichen Offenbarung selbst, aus der Heiligen Schrift und der mündlichen Überlieferung, interpretiert im Einklang mit den Lehren der Kirche. Und sie ergießen sich in die Texte der Liturgie, in die Werke heiliger und erleuchteter Menschen. Sie prägen sich aus in den von Gott begnadeten, in Gottes Dienst genommenen Leben so vieler heiliger Menschen, die darin dann zu würdigen Kindern ihrer himmlischen Mutter wurden. Wir haben jetzt gar nicht mehr die Zeit, über bloße Andeutungen hinaus zu gehen. Andeutungen, die vor allem unsere geliebte heilige Liturgie der römischen Kirche betreffen und die zeigen, wie sehr mit den Aussagen der heiligen und erleuchtenden Theologen sie zu einem ergreifenden Hymnus an die Gottesmutter zusammenklingen. Um nur ein besonders bezeichnendes Beispiel anzuführen, bringt sie nicht wundervoll die ewige Erwählung Mariens zum Ausdruck, wenn die Liturgie am Fest der unbefleckten Empfängnis die alttestamentlichen Weisheitsworte auf Maria anwendet. Der Herr besaß mich im Anfang seiner Wege von Anbeginn noch bevor er etwas geschaffen hat. Von Ewigkeit her bin ich eingesetzt von Urbeginn noch bevor die Erde ward. Als er die Himmel herstellte, war ich zugegen. Als er nach festem Gesetz den Kreis zog um die Wassertiefen und so weiter, da war ich bei ihm und ordnete alles. Das soll ja nicht weniger, aber auch nicht mehr sagen, als dass dieser vollendete, völlig von Gottes Reichtür man erfüllte und mit Gottes Willen geeinte Mensch ihm bereits bei der Schöpfung als sein großes Meisterwerk, freilich mit und in Christus, untrennbar von ihm, vorschwebte. In diesem Sinne sprach sich auch ein gläubiger Exeget der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, der Salzburger Professor Josef Dillersberger, aus. Er schreibt, wir müssen annehmen, dass Maria sein erster Gedanke, seine erste Idee ist im Heilswerk, das doch nicht einseitig den Menschen allein, sondern die Gesamtschöpfung Gottes erfasst. Und ist es nicht für uns, die wir ständig einen übervorsichtigen Bibelminimalismus erleben müssen, herzerfrischend, befreiend und mitreißend, wie die Kirche mit Selbstverständlichkeit an demselben Festtag die Worte des Propheten Isaias auf das Wunder der unbefleckten Empfängnis anwendet, Gaudens Gaudebo, voll der Freude frohlocke ich im Herrn und meine Seele jauchzt auf in meinem Gott, denn er hat mich gekleidet in die Gewänder des Heiles, hat mich umhüllt mit dem Mantel der Gerechtigkeit wie eine Braut im Schmuck ihres Geschmeides. In anmutiger Schönheit, nicht mit Prunk und Protz überladen, aber auch nicht als dürftige Maria für den Menschen von heute erscheint hier die Gottesmutter. Übrigens beweisen die Heiligen dieselbe Freiheit im Umgang mit der Bibel wie unsere Liturgie. Es sei demselben Mariengeheimnis nur seiner Wahrheit, seiner Schönheit und Tiefe wegen ein Wort des heiligen Franz von Sales gewidmet, der schreibt, der Jordan hielt seine Wogen zurück aus Ehrfurcht vor der Bundeslade, die durchziehen sollte. Ebenso hielt die Erbsünde das Weiterströmen ihrer Fluten auf aus Ehrfurcht und Furcht vor der Gegenwart des wahrhaftigen Tabernakels des ewigen Bundes. Ja, das ist katholisches Sprechen über die Gottesmutter. Wir können nun weiter wandern durch das Herrn und durch das Marienjahr. Wir werden immer wieder auf Erlesene, Erhabene und zugleich innige Worte und Gesänge stoßen, wie zum Beispiel auf das sechste Responsorium der weihnachtlichen Matutin, heilige und makellose Jungfräulichkeit, mit welchen Lobgesängen ich dich preisen soll, ich weiß es nicht, denn den, welchen die Himmel nicht fassen konnten, hieltest du in deinem Schoß umfangen. Ja, klingen hier nicht theologische Einsicht, staunende Verehrung und poetische Meisterschaft zu einem Hymnus zusammen, wie er dem Mysterium der jungfräulichen Gottesmutter wirklich angemessen ist. Gleiches gilt von den Aussagen unserer Liturgie über die Marta Dolorosa, die schmerzhafte Mutter. Unser Blick wird immer wieder auf sie gerichtet, weil durch die Mutter sichergestellt wird, dass er, der da sein Leben für uns dahin gegeben hat, tatsächlich der Mensch gewordene Sohn Gottes ist, den uns die Jungfrau geboren hat. Maria birgt also sozusagen für die Echtheit und Wirksamkeit unserer Erlösung. Und zugleich erkennen wir in ihr, wie der reinste und heiligste Mensch in tiefstem Mitleiden am Erlösungsopfer beteiligt ist. Die Sequenz Stabat Mater, vermutlich von Jacopone Dattodi und besonders die erschütternden Responsorien der Karmetten gewähren uns in geisterfüllten Worten Einsicht in das seelische Erleben der Mutter und lassen uns so noch intensiver in die Passion des Sohnes einbezogen werden. Dunkel sind meine Augen geworden von Weinen, denn fortgegangen ist von mir, der mein Tröster war. O ihr alle, die ihr des Weges zieht, schaut, ob ein Schmerz ist, gleicht dem Meinen. Ähnliches gilt dann selbstverständlich vom strahlenden Osterjubel für die Gaude et letare Virgo Maria Rufe, die wir unausgesetzt von Ostern bis zum Ende der Pfingst Doktav anstimmen. Und wenn wir im hohen Sommer jetzt bald das Fest der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel feiern, dann schauen wir in ihr die Vollendung, für die auch wir bestimmt sind. So betet die Kirche der Festoration, Allmächtiger Ewiger Gott, der die unbefleckte Jungfrau Maria, die Mutter deines Sohnes, mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen hast, gewähre wir bitten dich, dass wir immer da auf das himmlische Bedacht ihrer Herrlichkeit teilhaft sein mögen. Das große Zeichen, das da am Himmel erscheint, mit der Sonne bekleidet und dem Mond zu ihren Füßen um das Haupt eine Krone von zwölf Sternen, das Zeichen für die Heiligung des ganzen Kosmos. In dieser Erscheinung Mariens leuchtet das auf, was esoterisch angehauchte Mystizismen zu einer mythischen Urmutter und irregeleitete Feministen zu einem weiblichen Bild der Gottheit machen wollen. Tatsächlich aber ist es ein Bild der vollendeten Schöpfung, deren Wiederherstellung mit der Empfängnis des Gottessohnes im jungfräulichen Schoß Mariens ihren Anfang nahm. Der von den Nazis hingerichtete Jesuitenpater Alfred Delp steht nicht gerade im Ruf, ein Schwärmer gewesen zu sein. Und schon gar nicht dürfte er in seiner Haft vor der Hinrichtung zu enthusiastisch überspannten religiösen Ergüssen geneigt gewesen sein. Damals schrieb er die Worte nieder, das Gott einer Mutter Sohn wurde, dass eine Frau über die Erde gehen durfte, deren Schoß geweiht war zum heiligen Tempel und Tabernakel Gottes. Das ist eigentlich die Vollendung der Erde und die Erfüllung ihrer Erwartungen. Ja, weil die Schöpfung Gott gegenüber weiblich empfangend ist, hat sie tatsächlich in der Jungfrau ihre Exponentin und in deren wunderbarer Mutterschaft das Urbild ihrer Vollendung. Und Rudolf Graber, der Theologe und spätere Regensburger Bischof, konnte mit Recht sagen, in Maria ist das All in seine seinsmäßige Stellung des Empfangenden und damit des Weiblichen zurückgekehrt. Nun kann die geheimnisvolle Vermählung von Himmel und Erde, von Gott und Geschöpf stattfinden, deren gebenedeite Frucht der Sohn des Allerhöchsten und zugleich der Mariens ist, Gottes Sohn und Menschen Sohn zugleich. Das wusste die Christenheit, das wussten ihre Liturgien schon lange vor solchen Äußerungen. Ja, und endlich vieles noch wäre über die theologische, liturgische und geistlich weisheitliche Überlieferung von Maria anzuführen. Das ist uns jetzt nicht vergönnt. An jeder begebe sich selbst auf die Reise des Gebetes und der Betrachtung, auf der uns immer neue Entdeckungen geboten werden. Und wenn das auch die Gelehrten und Lehrer, die Theologen und Verkünder verstärkt tun, dann bestehen wirkliche Aussichten darauf, dass wir in der katholischen Kirche neben der strengen wissenschaftlichen Forschung auch wieder eine, um glückliche Formulierung des derzeitigen Wiener Erzbischofs Kardinal Schönbaum aufzugreifen, dass wir wieder eine Theologie des Herzens haben werden, in deren Mitte sich Maria als das Herz der Theologie befindet. Eine Theologie, die sich aus den allererlesensten Quellen, aus der Schrift, den Vätern und Heiligen sowie der Liturgie speist und ebenso aus dem Gebet hervorgeht, wie schlussendlich wieder in dieses mündet. Nur eine solche Theologie kann die Schreckgespenster, die gegenwärtig durch das Heiligtum huschen, verscheuchen, kann die Blasphemien vertreiben, die Kälte erstarrter Wissenschaft überwinden, die Banalitäten und zeitgeistbeflissenen Peinlichkeiten unnötig machen und den Blick wieder freigeben auf das Bedrohte Allerheiligste und das Bild der Sternenjungfrau. Diese keineswegs subversive Hoffnung besingt in einem eindrucksvollen Gedicht der russische Konvertit, Religionsphilosoph und Dichter Wladimir Solowjow. Der hatte im Jahre 1898 den Brand einer Kapelle und die wunderbare Errettung ihres Mutter-Gottes- Bildes miterlebt. Im Anschluss daran schrieb er folgendes Gedicht, mit dem wir hier dann auch schließen. Nur eines, stets nur eines. Ob auch des Tempels Hallen von Höllenspuk erfüllt, der Geist und Sinn betört, Verwüstung rings um uns, die Mauern eingefallen, ein Schild steht unbewegt, ein Zeichen unzerstört. Wir waren furchterfüllt zum Heiligtum geflohen, doch unser Schrecken ward im Tempel noch vermehrt, Rauchwolken quollen auf, wir sahen Flammen lohen, das Allerheiligste vom Feuer fast verzehrt. Doch das verheißene Mal des ewigen Testamentes, die Sternenjungfrau stand hoch droben, klar und mild, und hell beleuchtet ward vom Licht des Firmamentes, des Drachen blinde Wut, der Jungfrau reines Bild. Ich danke Ihnen. von Wut, schüpfel, Jürgen z Vielen Dank.